Hallo, ich bin Beatrice und mit meinem Handy habe ich die Möglichkeit euch zu orientieren und zu schmiedigen mitzunehmen. Heute besuchen wir die Roten Pandas. Das Spannende bei dieser Tierart ist, dass sie eigentlich Fleischfresser sind, aber aus Vegetarier leben. Hier habe ich ihre Lieblingsspeise mit reichlich Bambus. Den werde ich jetzt in der Anlage verteilen. Pandas kommen auf den Südost hängende Himalayas vor, auf einer Höhe von 1500 bis 4000 Metern. Sie sind aufgrund von Wilderei und Abholzung in ihrem natürlichen Lebensraum gefährdet. Daher bemühen sich die Zoos mit einem internationalen Artenschutzprogramm um die Haltung dieser faszinierenden Tiere. Das war's. 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 Vorsitz bajersetzt wenn ich mit meinem Handy im Zoo unterwegs bin. Vielen Dank.